Der muss eigentlich irgendwo in diesem Gebiet sein. In der Nähe. Jedenfalls. Die sind immer alle in der Nähe. Hier vielleicht versteckt? Hier ist auch eine Ecke. Ich kann nicht erkennen. Nein. Nein. Hallo. 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 Na gut, hier ist keiner. Außer dieses wunderbare Poster. Kann ich das eigentlich lesen? Nö. Steht nicht mal, wie viel ich wert bin. Also Gerrit, wie viel er wert ist. Wisst ihr, was so richtig toll ich wäre? Wenn der Eckstein da oben ist. Warum auch immer. Das ist wirklich so eine Suchnacht in allem im Heuerhofen. Du kommst jetzt nicht hier rein. Kann ich schon sagen. Oh, Chicken. Tut er. Ja, nicht? Tolle Nacht. Auch wenn ich gerade keine Steine finde. Ja, ich finde keine Steine. In einer Stadt, die aus Stein gebaut ist. Und ein bisschen Holz. Aber ich finde keine Steine. Egal, gehen wir ins Store Market proper. Ja, zumindest war er ja hier, dort unten beim Schwarzmarkt. Mr. Scaraberos. Die Frage ist, wo ist hier der Eckstein? Wer hat ihn erwartet? Hat gewartet, bis der Typ fake ist, um weiterzugehen, damit er nicht im Weg steht. Süß. Süß. Ist da was Grüners? Ja, aber das gehört zu Texturchecken. Gut, dass wir darüber geredet haben. Schön und gut, dass man hier überall an der Wand rumklettern kann. Zumindest bei Steinwänden. Aber irgendwie gibt es hier nichts zu entdecken jetzt, außer bei der Einstelle bei dem Docks. So richtig. Ich war ja nur. Oh, wobei, wobei, wobei. Da suche ich mich doch bestimmt nicht. Gerrit, lass los! Kann ich auch bei... ...der Kircher. Arfe weckt aus dem Hamarit. Könnte ich über den Zaun hoch? Hallo. Don't mind me, no, I'm just passing through. Wobei, du bist am through passen. Ich bin einfach nur am rumstehen. Und er ist am pass out. N. Wir haben ein paar Beinkopfpfeile mitnehmen. Hab ja meine verschwendet, ne? Okay, was heißt verschwendet? Ich habe damit kleine Skarabeen in Stücke zersprengt. In viele kleine Stücke. Da oben machen wir's. Oh, was, was zur Lampe gehört. Und wir hätten ruhig mehr oben hinpacken sollen, die Entwickler. Für Entdecker. Für kleine Chickens, die Sachen entdecken wollen. Ich möchte sie nicht mehr weg, oder wie? Doch. 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 Ich komme aber nicht höher. Dabei ist er so verlockt mit der Balkontür da oben. So gemein. So gemein. Wahrscheinlich geht das irgendwie, aber ich stelle mich gerade so vollkommen dumm an. Was ist zurück? Echt mal, du hast nichts gesehen. Ich sehe auch gerade nichts. Vor lauter Busch. Was ist ein Eckstein? Hat das jetzt gezählt? Reicht das, wenn man in der Nähe hinschießt? Ich mache das jetzt einfach mal so, falls er das nicht gezählt hat. Ich bin gerade paranoid, ich weiß. Und das Garabeus muss ich noch töten. Ja. Nicht vergessen, Chicken. Wie pathetic? Du redest gerade über den Hammerit, ne? Oder nee, das ist kein Hammerit. Das ist ein Zivilist. Da ist der Hammerit. Mr. Hammerit. Skarabeus, prepare yourself. So. Hier war in diesem Bereich nur einer. Ja. Ah. Hm. Weiter jetzt alliliert. Alliliert, ja. Hallo, wir sind jetzt Verbündete. Wo könnte der Eckstein hier sein? In der Nähe des Terkeshof müsste der sein. Irgendwo, irgendwo. Ja, 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 ja. Böser, kleiner Terkeshof. Der Papp des Grauens. Was hat dieser Papp mir schon angetan alles? Wir können auch einfach zum Docks wieder gehen. Ja, Carry on, nee, nee. Nichts Carry on. Wieso liegt da ein Korb mitten in... Oder ein Fass? Wo ist denn der Zivilist? Ich suche einen Eckstein. Hat jemand einen Eckstein gesehen? Ich habe doch eigentlich schon in alle möglichen Ecken geschaut. Oder hier hinter? Bin ich ja noch nicht hingegangen, war nö. Nö, nö, nö. Ich wollte schon sagen, es ist ein Symbol von Skarabeos. Okay. Chill, Bube, chill. Kann ich da eigentlich irgendwo hochklettern? Naja, bringt eh nichts. Kannst du nicht hochklettern? Wo ist denn der Creator von mir? Ich sehe ihn nicht. Eckstein sehe ich auch nicht. Da oben war ja keine Ecke, richtig. Ja, jedenfalls nicht eine richtige 90 Grad Ecke. Danke, ich bin schon überall hingegangen. Chicken, kauf dir einfach 30 Millionen... Moos-Pfeile und schieße überall den ganzen Boden voll. Klappt sicher. Definitiv. Ich sehe schon, der ist bei der Wachstation. Wo die zwei Wachen rumlaufen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit da, wo die beiden rumlaufen. Wo ich mich nicht genau umgucken kann. Also ich schlag den nieder, aber... Oh, viele Zeugen. Wir sind nicht im Stowmarket proper. Wo alles ausgerastet. Hat der das jetzt gesehen oder nicht? Also die eine andere Wache. Wo muss da jetzt jemand? Niemand. Hamarit, versteckt mich! Ja, Chicken, dafür ist es natürlich auch gut. Zum Flüchten. Wobei, wir sind ja jetzt eigentlich... Ne? Eine Allianz. Komm nur her! Ich habe meinen Hamariten hier vorne. Achso, kann ich rum, okay. Ah, da kann ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, da kommt der hier nicht hin. Ja. Ach ne, du bist keine Wache. Jetzt steht der Typ da. Ja. Ja.